Die 84. Division war ein Großverband der preußischen Armee im Ersten Weltkrieg. Geschichte Die Division wurde nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus Einheiten der Festung Posen gebildet und war bis Ende Dezember 1917 an der Ostfront im Einsatz. Dann erfolgte die Verlegung in den Westen, wo sie sich bis Kriegsende an den dortigen Kämpfen beteiligte. Nach dem Waffenstillstand marschierten die Reste der Division in die Heimat zurück, wo der Großverband demobilisiert und schließlich im Februar 1919 aufgelöst wurde. Gefechtskalender 1914 – 16. November bis 15. Dezember – Schlacht um Lotz Ab 18. Dezember – Schlacht bei Rokka Bezura 1915 bis 14. Juni – Schlacht bei Rokka Bezura 17. Juli bis 5. August – Kämpfe um Warschau 8. bis 18. August – Verfolgungskämpfe zwischen Weichsel und Bug 19. bis 24. August – Schlacht an der Pulwanoschetz 25. bis 31. August – Verfolgungskämpfe an der Bialoviska Pushta 1. bis 12. September – Kämpfe an der Jasiolda und an der Zylvianca 13. bis 18. September – Schlacht bei Slonim Ab 19. September – Kämpfe an der oberen Shichara Sierwetsch 1916 bis 30. Juli – Kämpfe an der oberen Shichara Sierwetsch Ab 30. Juli – Stellungskämpfe an der Beresina Olschanka und Kruljanka 1917 bis 30. Juni – Stellungskämpfe an der Beresina Olschanka und Kruljanka 1. Juli – 11. September – Stellungskämpfe am Sierwetsch in Jemen an der Beresina Olschanka und Kruljanka 19. bis 27. Juli – Abwehrschlacht Smorgon-Krevo 12. September – 14. Dezember – Stellungskämpfe an der oberen Shichara Sierwetsch in Jemen 15. bis 17. Dezember – Waffenruhe 17. bis 27. Dezember – Waffenstillstand Ab 28. Dezember – Reserve der OHL und Transport nach dem Westen 1918 bis 2. Januar – Reserve der OHL und Transport nach dem Westen 3. Januar bis 15. Mai – Stellungskämpfe vor Verdun 15. Mai bis 8. Juni – Kämpfe an der AVE und bei Montedir und Nullion 9. Juni bis 7. August – Kämpfe an der AVE und an der MAZ 9. bis 13. Juni – Schlacht bei Nullion 8. August bis 3. September – Abwehrschlacht zwischen Somm und Euse 12. bis 20. August – Kämpfe auf den Waldbergen nördlich der MAZ 29. August bis 3. September – Schlacht in den Waldbergen östlich Nullion 4. bis 18. September – Kämpfe vor der Siegfriedfront 19. September bis 9. Oktober – Abwehrschlacht zwischen Combré und Sankt-Quenten 10. bis 17. Oktober – Kämpfe vor und in der HERMANN-Stellung 17. Oktober – Kämpfe zwischen Euse und SER 18. Oktober bis 4. November – Kämpfe in der Hunding-Stellung 5. bis 11. November – Rückzugskämpfe vor der Antwerpen-Maß-Stellung Ab 12. November – Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat Gliederung – Infanterie-Regiment nr. 334 Kavallerie-Regiment nr. 84 4. Reserve – Fußartillerie-Batterie nr. 26 Landwehr-Pionier-Kompanie – 12 Armee-Kurs – 3 Eskadron – 2 Hannover-Schistragona-Regiment nr. 16 3 – Bataillon – Artillerie-Regiment nr. 25 Pionierbataillon nr. 84 Divisions-Nachrichten – Kommandeur nr. 84 Kommandeure